Hallo zusammen, ich bin Beatrice Ruefer und wir sind hier auf dem Hof Sonnenhubel. Bei uns auf dem Hof arbeite ich als Betriebsleiterin. Mein Mann, der Edu, arbeitet eine Tage die Woche und am Wochenende. Mein Vater ist auch die ganze Zeit hier und unterstützt uns. Bei uns auf dem Hof leben 50 Kühe mit ihren Kälbchen. Dann haben wir 150 Legehennen, 10 Beienfälkchen, Meereisenhofhungen und noch zwei Katzen. Bei uns auf dem Hof produzieren wir A2-Urmilch nach dem Wiesenmilchstandard, Eier, Solarstrom und Heizenergie mit Schnitzel. Alle unsere Kühe leben in einem angenehmen Freilaufstall mit Melchroboter. Zudem haben wir einen Hofladen, wo wir unsere Produkte verkaufen, Biodiversitätsflächen und ein 100-jähriges Beienhäuschen. Also, falls ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare.